Heute ist der 20. Juni 2020. Sonvent. Und wir haben jetzt hier den alten Christbaum vom letzten Jahr. Den Sonvent Christbaum und den bestücken wir jetzt mit 6 Kerzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und diese 6 Kerzen symbolisieren die vergangenen 6 Monate des Jahres und in wieder 6 Monaten ist Weihnachten. Sonvent Christbaum 2020. Danke alter Christbaum, der jetzt ein goldig braunes Nadelkleid hat. Eine Nordmandanne, die zu Weihnachten als Christbaum hier draußen stand. Der alte Christbaum wird zum Sonnwind Christbaum. Das war's. 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 Das war's.